Das hier ist bei EM-Van, heißt Hintje. Denk ich mal. Hintje ist da rein. Oh ja, ich weiß nicht, was ich hier hat. Das ist hier, weil die EM-Van hat. Das ist Hinte. Das wär's. Und tschüss. So, Hinte, hier, Ortsmitte. Wollen wir auch noch mal. Genau mal gucken. Hinte bei Emden. Langsweißaurig. Oder Eften, wie heißt das? Hier haben sie alle auf dem Fernrand. Guck mal, guck mal. Zwei kleine Ponys da, guck mal. Hinte. Im Ort. Am Hintertief. Dann mal reingucken. Dann hier noch mal. Dann hier. So. Oh. Ah, das ist der. Der Runde rechts rum. Mal gucken. Okay, die kommt's okay hier. Mal gucken. Oh, das wäre erst. Oh, tschüss.